Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mist. So, ja wir sind immer noch im Nebel, da läuft Giesbärd, ja, alleine und sucht seine Frau Ingrid, ja, 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 so, genau, wir müssen die Kochstation fertig machen, wir müssen einen Zaun drumherum bauen, oh, was ist mit dem los, der ist, oh, die kommen aber genau auf uns zu, und wir müssen die Workbench basteln, jetzt muss ich mal kurz was prüfen, ich würde gerne den Speer da reinpacken, genau. Hm. Gut, gut. Gut, ich wage es jetzt nochmal, den Nebel zu überschlafen. Eine Stunde müsste reichen. Ach, ihr leckt uns schon wieder los, ihr miesen kleinen Wutze. So, wo seid ihr? Da. Okay. Das war jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ah, guck hier. Ah, da spawnt er wieder. Okay, Frage. Auf diesen Baumstamm oder Stumpf kommt er hoch. Die kommen hier in mein Fenster rein. Die sind aber zu blöd, über den Zaun zu kommen. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, ich probiere es nochmal mit dem Schlafen. Weil wir haben ein bisschen was zu tun. Ah, perfekt, das funktioniert. Das ist so gut. Das ist so gut. Okay. 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 Ach, wenn ich es ausgerüstet habe, dann kann ich es nicht verschieben. Jetzt. Ah. Haha. Das ist ja umso besser. Warte, mal das Messer gedeihen. Na, die Knarre hier. Ja, dann passt das eigentlich. So. Ich muss jetzt aber trotzdem auf Loot-Tour gehen. Hi, warte. Mal kurz weg. Genau. Da haben wir schon mal die zwei Seile mit drinne. Dann brauchen wir nur noch die Sticks. So, die packe ich mal kurz hier mit rein. Ah, die Sticks haben wir ja. Dann haben wir hier unsere Kochstation auch fertig. Super. Schaut doch edel aus. Wunderbar. Pack mal weg. Achso, das war die Geschichte, wo wir nur 16 aufeinander stacken können. Pack mal weg. Pack mal weg. Pack mal weg. Ich packe das jetzt erstmal so rein. Das Sortieren, das kommt nach und nach. Alles klar. So. Holz in die Küche. Ja. Ja, und das hier. Das auch. So, wir müssen looten, looten, looten. Wie spät haben wir es? 16.50 Uhr. Ah, das ist eigentlich schon wieder zu spät, um irgendwas zu machen. Wir hatten doch die Schaukel eigentlich auch kaputt gemacht, oder? Hm, hier spawnt alles irgendwie wieder zurück. Okay. Ich will dann schnell zu den Kameraden gucken. Zu den Fremden. Ob die was dabei haben. Der hat nichts dabei. Ich will die Kiste da oben haben. Die, die, die wohnt mich schon die ganze Zeit. So. Naja, wie geht es eigentlich mit meinem Essen? Muss ich was essen? Ja, das geht eigentlich noch. Der muss doch hier hochkommen. Der soll sich mal nicht so anstellen. Okay. Was ist denn da? Da sieht gerade mein entzündetes Auge. Hier sind Sachen wieder gespawnt. Okay. Anscheinend tauchen Sachen wieder nach einer gewissen Zeit auf. Aber ich will da hinten auf die Kiste. So. Auf diesen Container komme ich. Sollte ich. Ah, okay. Warte mal. Noch mal kurzer Test. Ah, Double Jump. Okay. Mal gucken, ob das geht. Ah, es geht. Ich deb. Ja, all the crowbar. Wie geil. Haben wir nicht schon eine gebastelt? Ich glaube schon, gell? Das ist ja voll gut. Mensch, jetzt haben wir eigentlich die Kiste. Das freut mich. Und die hätten wir auch schon viel eher haben können. Gut. So. Hm. Hm. Schieb da gleich die ganze Kiste weg. So, so. Na? Na, geh runter. So. Die Kiste, die stelle ich doch einfach mal spontan daneben dran, oder? Nee, die kommt auf die Seite. Rotation. Sieht das doch ganz gut aus, oder? Nee. Ah, eigentlich nicht. Hups. Ja, besser. Schöner wird's nicht. Mhm. Sechs Schuss. Ja. Okay. So, die Workbench, die kann ich aber rein theoretisch schon hinstellen. Sechzehn Bretter. Die fünfe haben wir. Die haben wir auch. Sechzehn Bretter muss ich halt noch schnell schnitzen. Hm. So, dann verbaue ich schon mal die fünf Komponenten da rein. Dann hol ich mir schnell mal ein Zeug. Zehn Stück waren das, gell? Split one. Split one. Zack, zack. Dann haben wir hier die Zähne. Gut. So, Bretter. Die muss ich noch schnitzen. So, zack. Dafür brauche ich die Säge. Okay. Die Säge hatte ich hier mit Schmuck. Jawohl. Super. So, Bretter. Ja, das ist jetzt schon gleich wieder neune. Äh, oder 20 Uhr. Äh, kacke. Ich mach mal kurz zu. Boah, ich hoffe, die kommen nicht rein. Äh. Hört mal jetzt für dieses schwere Atmen. So, die Workbench ist fertig. Und was haben wir denn da jetzt? Ah, jetzt können wir auch Nägel herstellen. Leder können wir herstellen. Was haben wir hier? Chain, eine Kette. Hm. Könnte man dann Schraubenzieher. Ah, ein Eimer. Gedärme, echt? Okay, für den Pfeil und Bogen. Oder Bogen zumindest. Entschuldigung. Mhm. Okay. Das ist ja schon mal ganz cool. Jetzt haben wir da eine Workbench. Food needed. Ich hab halt schon wieder Hunger, oder was? Ja, er hat Hunger. Boah, du Wichser. Nein. Geh weg. Lass mich. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann nicht mehr stoßen. Ach, Leute. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich hab vergessen zu speichern. Nein. Scheiße. Ah, was ist denn heute los? Also heute läuft es irgendwie nicht. Hm. Hm. Ja. Ja, so eine Sauerei. So, ich bin gleich wieder da. Jo, Sodele. Äh. Genau. Jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen. Hm. Ich glaub, ich glaub, ich spiel das für euch soweit vor. Ne, mach ich nicht. Ihr dürft alles miterleben. Ja, dass ich irgendwo eine Schnitzetze oder sonstiges. Ihr dürft ruhig teilhaben an meinen Versagens. Sehr geil. Los. Das ist erstmal gleich. Haben wir da unsere Ruhe. Bevor der wieder rumjammert. Ich hab Hunger. So. Gut, gut. Dann auf ein neues. Mal wieder. Ei, ei, ei. So, wie machen wir das jetzt am blödsten? So. Ich zerstöre hier erstmal alles. Ich sammle erstmal Ressourcen, weil dann sieht man ein bisschen was. Na? Jetzt hat. Nehmen wir alles mit. Das brauchen wir auch. So. Zweige stecken. Das lassen wir jetzt mal gut sein. Wie einfach das auf einmal geht, wie er da hochkommt. Sensationell. Richtig gut. Move. Warte mal, da war noch. Ah ne, warte, kann ich ja trotzdem mitnehmen. Ich tipp. Ups. Genau, die meinte ich. Gut. Dann nehme ich das Auto hier gleich mit. Da sind auch noch ein paar wertvolle Materialien mit bei. So kann ich das nicht zerstören. Okay. Das wundert mich jetzt, weil das sieht aus wie so ein Spielzeugauto, was man abbauen könnte. Das auch nicht. Willst du mich verarschen? Oh, Mann. Okay. Okay. Da war doch gerade was zum Aufmachen, oder? So, so, so. Okay. Der ist ein Stück zu hoch. Da lässt er uns nicht hoch. Okay, dann gehen wir weiter. Aber es wundert mich, dass wir die Autos hier nicht kaputt machen können. Okay. Gut, 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 gut. So. Aber den lässt er uns mitnehmen. Da, schaut, das funktioniert jetzt. Da funktioniert es. Na, 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 na. Ja, aber jetzt bin ich schon echt erstaunt, wie schlecht ich bin. Sechs Schuss und nicht einer hat getroffen. Sensationell. Bei dem einen Zombie jetzt die Nacht, ne? Wo wir jetzt da gestorben sind. So, machen wir einen ganz anderen Plan. Bevor wir da jetzt wieder irgendwas rumbauen, sammle ich erstmal ganz viele Komponenten. Dass wir da einfach safe sind. So, das ganze Zeug kommt mal weg. Ja, Strichölzer auch. Move. Ey, ich wollte nur moveen, Entschuldigung. So. So, dann die beiden hier. Okay. Ja, der verbraucht ganz schön Stamina, ne? Also Ausdauer. Hm. Aber dafür gibt es so viele schöne. Oh, eine Zündkerze. Voll gut. Können wir gleich in den Pickup reinbauen. Voll gut. Oder hatten wir schon eine Zündkerze? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, was wir haben, haben wir. Huch, da geht die Axt kaputt. Hatte ich zu Hause noch Ersatz? Blöd. Hm. Das ist ja jetzt echt blöd. Hm. Scheiße, geht nicht. Ja, der hat auch noch 25%. Eieiei. Eieiei. Okay, dann bringen wir das, was wir haben schon mal heim. Und dann gehen wir weiter. Okay. So, wo geht es auf? Da geht die Kiste auf. Gut, die packen wir jetzt da mit hin. Na, das mit dem sauber positionieren, das ist schwierig. Gut, dann könnte ich das ganze Holz reinpacken. So, die Zündkerze wird gleich verbaut. So, dann... So, die Zündkerze würde ich so weit verbauen. So, da brauchen wir noch eine Batterie. Drei Reifen und ein bisschen Benzin. Aber das sammeln wir ja nebenbei. Das ist gut, 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 gut. So, unsere Schwachstellen am Haus, die nerven mich ja so ein bisschen auch noch, gell? Wie spät haben wir es denn? 9.45 Uhr, es ist noch kein Nebel in Sicht. Was machen wir, was machen wir? Die Sortierei wieder, gell? So, ob wir das ganze gebacken kriegen mit das Haus absichern? Eigentlich ja mal wirklich die Workbench hinzustellen. Ohne zu sterben, dass sie gleich wieder weg ist. Wir sehen wir in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und mir beim besseren Versagen zuschaut. Nein, Quatsch. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bei Mist Survival. Schönen Abend, ich bin erstmal raus. Ciao. Ich bin früh mit dabei seid ihr bis ATTED. vain und stöhnen die reconstruction haben! Gestern mit uns ein, in vieleninaçãoern. mazefl Caesar, ist наша unsere Rückenscheres-Frage. Und zwar событи, unsere Hälfte schnarch zerstört. So, es war überhaupt nicht, dass wir für die Einstengung痛 schwerst sind. Und zwar nicht, wir müssen denken, dass wir gerade mit dabei coinstern. Entscheibung, die Häلفzeit hatten sich derkönne stehe. Und zwar nicht, dass wir keine dissoية, weil dieaker, dass positive Sache sage. Untertitelung des ZDF, 2020